Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Star Stable Online Folge und diesmal, ihr Lieben, habe ich eine Challenge vorbereitet, was sehr witziges. Und zwar versuche ich jetzt gleich irgendwie ein Rennen zu starten und gleichzeitig, ja, mit Wasser zu gurgeln. Ich habe lange nicht mehr gegurgelt, also ich habe auch keinen Test vorher gemacht, wie immer, damit alles schön echt bleibt. Äh, ich habe mir zu Vorsicht hier noch eine Schüssel hingelegt, sollte ich mich gleich übelst verschlucken oder reinspucken müssen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich die mir jetzt am besten hinstelle, sodass ich irgendwie auch noch irgendwas sehe und mir dann passt dazu nicht gleich Vollreihe. Nein, okay, wenn ich jetzt kotzen will, dann will ich das nicht aufnehmen. Äh, wie gesagt, wir probieren das jetzt mal einfach aus. Ist irgendwie eine witzige Challenge. Ähm, wenn ihr generell sowas mögt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, dann überlege ich mir vielleicht noch mehr Sachen. Nur nicht, äh, blind reiten oder anders. Das habe ich schon mal ausprobiert und das ist einfach nur... Ach, das haben schon viele getan, aber so gurgeln habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich will einfach mal sagen, wir nehmen einfach... Ich habe mich jetzt für die Moorland-Rennen entschieden, weil die jetzt einfacher sind. Denke ich mal. Oh Gott, ey. Was, was tue ich mir da eigentlich wieder an, ey? Was tue ich mir da wieder an? Ähm. Gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Hm. 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 Jetzt müsst ihr mal das Zelt lang machen. Irgendwann geht ja die Puste aus. Ich hätte mir das jetzt auch ein bisschen schlimmer vorgestellt. Aber so durchgehend gurgeln ist schon... Könnt ihr noch... Mit einem weiteren... Muss ich mal eben... Mal im kurzen Mahl trinken. Oh Gott. Okay. Versuchen das jetzt nochmal mit dem Rennen hier. Das Problem ist meist nicht, dass ich nicht zuckeln kann, sondern einfach die Zeit. Irgendwann geht einem so... Die Puste irgendwie gefühlt aus. Das müsste man selber ausprobieren. Okay. 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 Ja, das ist so schön. doch war wieso mache ich eigentlich wieder so wieso komme ich auch so eine schmumpiz idee mit kurgeln war ein bisschen schlecht geworden ja das ja 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 ist das vielleicht okay macht es doch nicht nach einmal und nie wieder okay bei den kurzen rennen geht es aber wenn man jetzt so ein langes rennen nehmen wenn ich über die kotzerie zu sagen okay war auf jeden fall irgendwo auch witzig aber noch mal muss ich es nicht machen wenn ihr generell noch ideen habt über diese challenge auch toll findet könnt ihr es mir ja wie gesagt in die kommentare schreiben ich bin für fast alles offen macht wahrscheinlich nicht an so sachen machen probiert es mal aus es ist irgendwo witzig aber irgendwann wird einem auch so was von schlecht damit war gut ihr die aber kommt schon die träne runter so ihr lieben da würde ich mal sagen wir sehen uns dann in einem nächsten video wieder macht's gut bis zum nächsten mal